so letzter aufbau vor dem neuen jahr glaube ich mal gucken beziehungsweise probeaufbau wir sind jetzt so ziemlich komplett mit einem was wir brauchen kleinigkeiten und vielleicht noch in deutlich leichter wäre noch option aber erst mal sind wir grob ausgestattet so kaffeewasser ist im gange den aufbau habe ich mir bei fritz meine kids die tage noch mal angeschaut gut da hinten fehlt halt nur der zweite stöckchen drin damit ich insgesamt mehr tiefe habe gespannt auf beiden seiten und ja schöne teure sind mit matte zum glück in gebraucht doppelt doppelt schlafsack system von der von der firma c schönen großen rucksack von der von der firma b aus norwegen kleine kleines schönes balken auch von der firma b diejenigen die bei der bundeswehr kennen waren kennen die firma b die farbe der serie sollte auch bekannt sein um jetzt keine großartige werbung noch zu machen ja dann werde ich mir jetzt mal in aller ruhe mein kaffee fertig machen mal schauen ob ich denn heute nacht hier bleiben oder ob das jetzt einfach nur zum probeaufbau war jedenfalls werde ich mich dann gleich erst mal gemütlich auf meinen schlafsack drauf parken und dann bis später ciao